so ich bin erst mal ein bisschen am aussortieren hier wie ist das denn, dass ich das überhaupt soja mache? geht das doch so? ne das geht nicht so. so jetzt haben wir erst mal ein bisschen erde und jetzt werden wir das alles mal ein bisschen füllen hier es wird nämlich wirklich zeit und da sind zwar die löcher zwar auch weg hier dann aber da komme ich überhaupt nicht mal runter hier das ist ja auch doof naja ich mache das erstmal bis zu einer bestimmten stelle zum beispiel bis hierhin weil hier hinten müssen wir ja eh noch ein bisschen arbeiten dann also werde ich mir das erstmal ein bisschen abgrenzen hier ungefähr erst mal so bis hierhin bis hierhin filmen wir das ganze erst mal den rest müssen wir dann erst mal sehen so hier haben wir noch ein bisschen kohle gefunden die kommt natürlich noch mit wie gesagt hier im hintergrund werde ich auf jeden fall noch alles noch wegarbeiten du bist ja auch wieder hier bist du hier nach oben gekommen so jetzt nach unten das zeug hier holen und jetzt geht es wieder nach oben und ich möchte ja wieder so ein ding hier bauen aber ist ja jetzt nicht allzu schlimm weil das wird jetzt sowieso zugemacht hier und da hat mich das auch nicht mehr zu interessieren wenn es jetzt am tage wäre wäre es schön aber ich will jetzt nicht unbedingt ein cheat verwenden weil naja mache ich nie ungefähr so sage ich mal jedes mal im spiel irgendwas zu cheaten dann mache ich es lieber so dann ist es gut ist realistischer so mache ich hier erstmal zu und dann müsste ich mir hier so einen kleinen eingang schaffen wo ich hier unten dann noch weiter arbeiten kann das wäre ja auch eine idee da machen wir uns einen eingang hier unten dafür da unten da haben wir wieder eine kleine aber feine arbeitsstelle in einer kleinen höhle wo wir dann noch viel zeug wieder suchen können was wir brauchen und da passt das eigentlich schon ganz gut sage ich mal so aber ich müsste mir das jetzt mal bald einfallen lassen wo ich jetzt den eingang mache da kann man das mit unserer höhle vielleicht irgendwie verbinden unsere höhle ist ja dort drüben da müssen wir uns ja einen weg bis hier rüber bauen ja ob das funktioniert das ist jetzt fraglich ist auch mit viel arbeit verborgen mit meinen ganzen höhlengängen so gesagt ja falsch gesetzt leider ich weiß dass ich mich an manchen stellen wiederhole aber es hängt mit der konzentration ein bisschen zusammen weil ich muss erst mal sehen wie ich das fülle hier bis davor müsste man nämlich noch und das sehe ich nämlich jetzt gleich durch da man das nämlich auch dann gleich weg und das habe ich eigentlich schon seit längerem vorgehabt das ganze hier und da können wir uns auch wieder neues wieder hierher bauen ich würde zum beispiel auch ein großes feld hier hin bauen daher würde mich dann ein bisschen was umgesiedelt so gesagt vielleicht will ich auch den stallbisten umbauen muss ich mal gucken jedenfalls haben wir noch viel zu tun vor allem das ganze ding noch weg zu machen hier hinten das muss alles noch weg demnächst gut jetzt habe ich keine erde mehr hier in diesem inventar muss ich mir wieder welche hier rein nehmen das wird wieder tag sehr schön da sehe ich auch wieder ein bisschen mehr so jetzt haben wir das schon ein bisschen begradigt das ist sehr schön also haben wir demnach auch wieder platz zum bauen habe ich einen kleinen teil vergessen ist aber nicht so schlimm da setzen wir den nach so wir haben das jetzt gleich geschafft hier erstmal bis zu der stelle wo ich jetzt das machen wollte sprich also bis hierhin wie ich mir das hier abgeteilt habe vielleicht mache ich noch eine kleine reihe dazu muss ich mal gucken vielleicht mal ich das sogar noch und dann muss ich erst mal in der höhle gucken dass ich mir so einen kleinen zugang bauen kann das komme ich gar nicht daran dass ich mir so einen kleinen zugang hier bauen kann dass ich dann hier unten in diese höhle hier rein komme ich mir haufenweise eingänge hier oben schaffen scharf ausgebüxt ich glaube ich spinne der ist also schon hoch gesichert was willst du jetzt hier hä na was macht wie du denkst vielleicht brauchen die schafe auch ein größeres gehege also verüben können sie denn nicht Bertha ist auch dort hinten kann man sagen Horst ist hier und Bertha ist dort drüben also wie gesagt das ist Horst und das ist Bertha so ja jetzt haben wir das schon so weit ein bisschen begradigt das freut mich schon mal die Reihe hier hinten werde ich auch noch ein bisschen fortsetzen sprich ab hier und dann werden wir mal gucken dass wir uns dann den gang dann schaffen bis zur höhle hier so Bertha du musst dann nochmal zur seite gehen ich muss hier arbeiten auch schon wieder alles weg alles futsch alles leer so jetzt haben wir es erstmal begradigt sehr schön und jetzt versuche ich mal irgendwie was mache ich jetzt mit den tieren hier naja Verlust ist es jetzt nicht jetzt ist es erstmal kein Verlust und jetzt muss ich erstmal gucken wie ich jetzt da rüber komme da muss ich mir jetzt den ordentlichen Gang jetzt hier schaffen jetzt geht es erstmal hier runter dann müsste ich das ja in die Richtung bauen ja so wie es aussieht oder ich müsste es ist ja jetzt doof ne das kann ich nicht machen das kann ich nicht machen ne 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 das kann ich nicht machen ich muss mir jetzt was anderes einfallen lassen ähm 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 na gut wir haben ja jetzt hier erstmal ach gut jetzt habe ich noch die treppenstufen habe ich noch einstecken hier na gut hm ach guck mal hier hinten hier hinten haben wir auch noch so ein großes Loch na gut da können wir das glaube ich nun doch machen da werde ich mir erstmal hier so einen kleinen Aufstieg mal schaffen dann hole ich mir noch ein paar Treppenstufen und dann haben wir hier sowas wie einen kleinen Eingang wo wir dann hier runter können ich glaube mal das wäre die einfachste Idee ach hier hinten kommen wir ja noch raus aha na gut da ist es ja eigentlich gar nicht so schwer indem wir dann uns einfach einen Weg hinterbauen in die Richtung oder kommen wir ja auch dorthin war ja vielleicht mal so ja wie schief gehen kannst du doch nicht